Es kommt auf Geschwindigkeit an, zur Abschreckung. Darüber können wir jetzt noch kurz reden. Im Studio bei mir ist der Politikwissenschaftler und Sicherheits- und Militärexperte Joachim Weber. Grüße Sie. Schönen guten Tag, Herr Kollin. Die Geschwindigkeit ist ein Problem, denn die Ukraine braucht Nachschub an Material, an Munition und dergleichen. Da ist das Wort vorn dran, aber die Tat hinterher, oder? Ja, das ist so. Und der Ukraine steht das Wasser doch ziemlich bis zum Hals im Moment. Der russische Angriffsdruck ist hoch, im Übrigen an der gesamten Frontlänge, nicht nur in Avdijevka. Das ist sicherlich der Erfolg, den man jetzt unmittelbar erreichen will und versucht wohl noch bis zur Präsidentschaftswahl in Russland auch zu erreichen, den Fall der Stadt. Aber es gibt ungefähr 15 Stellen bereits an der gesamten Front, wo es russische Einbrüche gibt, auch von mehreren Kilometer, 5, 6 Kilometer Tiefe. Und an jeder dieser Stellen droht theoretisch zumindest ein Durchbruch auch der russischen Kräfte. Und das Missverhältnis der Kräfte wird doch immer evidenter. Die Russen sind sicherlich jeden Tag dabei, mindestens 10.000 Ateliergranaten abzufeuern. Die Ukraine hat vielleicht gerade noch 2.000 am Tag dagegen zu setzen. Das heißt, das ist nicht nur eine Frage von Material, also von zum Beispiel Granaten, sondern auch von Soldaten. Wie ist das? Was wissen Sie darüber? Ja, in ganz starkem Maße ist das auch eine personelle Frage. Wir gehen jetzt davon aus, dass Russland ungefähr 500.000 Soldaten in der Ukraine im Einsatz hat. Das ist ja eine riesige Zahl. Das heißt, man führt auch ständig nach. Es sind irgendwo 10.000 oder 20.000 verwundet, tot, was auch immer, müssen abgezogen werden. Dann kommen halt 20.000 oder 30.000 nach. Das Reservoir ist groß. Das Reservoir der Ukraine ist dem gegenüber sehr, sehr klein. Und viele der Soldaten sind jetzt in der Tat fast zwei Jahre im Einsatz, ohne dass sie Heimaturlaub oder irgendeine Pause bekommen können von diesem Geschehen. Und das hält kein Mensch auf Dauer durch. Also auch da muss man sagen, wenn es nicht gelingt, dieses personelle Problem bald zu lösen, dann wird es schwierig. Darüber wird ja schon diskutiert in der Ukraine, Pro und Contra, hier auch. Ja, es wird diskutiert, aber am Ende des Tages müssen die Leute irgendwo herkommen. Nicht auf Bäumen wachsen sie nicht und ein erheblicher Teil der jungen Leute, die wehrfähig sind, ist natürlich auch im Ausland. Diese Zahl von 600.000 Ukrainer, die wehrfähig sind in Europa, also in Westeuropa wird ja kolportiert. Ob man von denen einen Teil in irgendeiner Weise zum Dienst an der Waffe bekommen wird, da haben wir bislang wahrscheinlich begrenzten Einfluss drauf. Die Frage ist halt immer auch, ob man diese ganzen Bodentruppen gegeneinander so viel kämpfen lassen muss. Ob man da nicht mit anderen militärischen Geräten zum Beispiel irgendwo Zeichen setzen kann, ich sag's mal so, oder vielleicht auch den Gegner vertreiben kann. Dazu bräuchte es eine ganze Menge, wie zum Beispiel Kampfjets. Jetzt bewegt sich da wieder ein bisschen mehr, wird ein bisschen die Geschwindigkeit anscheinend erhöht und es soll auch Drohnen geben. Eine Million Drohnen war die Meldung für die Ukraine. Aus Ihrer Sicht hilft das? Also das würde sicherlich sehr viel helfen. Die Zahl ist natürlich hoch, ob das dann auch geliefert wird. Ich denke an die eine Million Artilleriegranaten und man war froh, als so annähernd die Hälfte erreichte und es reicht nicht aus. Die Drohne ist ein Schlüsselfaktor in diesem Krieg. Es ist der erste große Drohnenkrieg in dieser Form zwischen zwei großen Mächten und es geht nichts mehr ohne die Drohne. Die Drohne beobachtet ständig auf den Gefechtsfeld, was passiert. Wir müssen auch reden über in diesem Fall die Drohnen und auch über Kampfjets, also bei den Drohnen. Wenn man eine Million Drohnen an die Ukraine liefert, die müssen ja auch alle gesteuert werden. Da bräuchte man ja ein paar tausend mindestens Operator dafür, also Leute, die die Dinger dann fahren. Die werden die Ukraine auch haben inzwischen. Sie setzen sie ja sehr viel ein. Die Russen aber inzwischen auch in mindestens gleichem Ausmaß. Und sie haben eine große industrielle Fertigung aufgesetzt. Also die Russen von diesen Dingern. Bei den Ukrainern ist das viel auch Handarbeit von irgendwelchen kleinen Initiativen, von Bürgern, Unternehmen dergleichen. Da fehlt noch so ein bisschen der industrielle Großserienprozess. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das die, die so mancher unter dem Weihnachtsbaum gefunden hat, so eine kleine Drohne? Oder sind das ganz andere Apparate? Also der Großteil von denen sind tatsächlich die kleinen Dinger, die denen unter unserem Weihnachtsbaum ähneln. Nur dass sie da halt eine Handgranate, einen Sprengsatz oder einen Gefechtskopf von einer Panzerfaust drauf haben. Und das können diese Drohnen leisten? Das können diese Drohnen leisten. Das sind diese sogenannten First-Person-View-Drohnen. Also da guckt der Operator quasi mit den Augen der Drohne selbst durch das Ding und sieht genau, was er da ansteuert. Und die sind ja so klein und auch relativ billig. Da wird auch der einzelne Soldat angegriffen. Und wenn man da einen sieht, dann stürzt sich dieses Ding, womit auch immer das bestückt ist, auf diese Person und versucht, den auszuschalten. Ist wahrscheinlich billiger als 100 Granaten, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Also insgesamt, denke ich mal, dürfte eine kleine Drohne wahrscheinlich weniger kosten als die eine Art Liggranate, mit der man erstmal treffen muss. Das ist einer der Gründe dafür, dass die so extensiv eingesetzt werden. Es gibt natürlich auch jede andere Art von Drohnen, jede Menge von Drohnen. Und das war das, was ich eben auch andeutete. Sie beobachten ständig, was auf dem Gefechtsfeld passiert. Das heißt, und das ist auch der Schlüssel für die scheiternden Offensiven der Ukrainer, es wird schon lange, lange vorher entdeckt, wenn sich Kräfte irgendwo in einem Bereitstellungsraum versammeln, überhaupt zum Angriff dann anzutreten und sich zu entfalten. Da sind sie schon längst entdeckt. Es sind jede Minute dieses Krieges, es sind zumindest tagsüber tausende von Drohnen an der ganzen Front in der Luft. Und es entgeht denen nichts. Also alles wird beobachtet und gesehen. Und Tunnel gibt es auch nicht. Die gibt es woanders. Die F-16 Kampfjets. Könnten die, wenn sie denn mal endlich da wären und die Piloten auch genügend darauf ausgebildet sind, noch eine Wende herbeiführen? Nein, eine Wende allein werden die nicht herbeiführen. Es ist dann wieder ein Mosaikstein, wo es mal wieder vielleicht für eine kurze Zeit sich so ein bisschen zugunsten der Ukrainer verschiebt. Aber die F-16 sind nun so modern und so neu auch nicht. Die Russen haben ebenbürtige und teilweise bessere und modernere Flugzeuge in ihren Arsenalen. Vor allen Dingen haben die Russen nach wie vor eine hochpotente Flugabwehr. Das heißt, die Einsatzmöglichkeiten dieser Maschinen sind sehr begrenzt. Die werden also allenfalls bis in den Gefechtsraum, an die Grenze sozusagen, also an die Front fliegen, weiter bestimmt nicht. Also man geht immer davon aus, dass die Flugabwehr der jeweils anderen Seite so fast 100 Kilometer überlappt und insofern wird man sich da auch hüten müssen, die unvorsichtig einzusetzen. Also der Game Changer, wie es immer wieder so heißt, wird das alleine ganz bestimmt nicht werden. Und bis zu den Wahlen in Russland wird wahrscheinlich Herr Putin zeigen, was er kann oder was denken Sie? Ich glaube, da ist er im Moment bei. Das heißt, der Angriffsdruck, ich hatte es ja schon gesagt, ist überall hoch, sehr hoch und man sucht offenkundig die Stelle, wo wirklich der tiefe Einbruch und 5, 6 Kilometer ist schon eine Menge, gelingen kann. Und man hofft wahrscheinlich darauf, dann die Stelle zu finden, wo dann der operative Durchbruch gelingen kann, wenn man also dann im großen Maßstab Kräfte sofort nachführt, die sich dann sozusagen unkontrolliert in die Tiefe des Raumes ergießen können. Das ist die Absicht, aber zumindest will man auf jeden Fall jetzt wohl auf die IFK sich um jeden Preis holen. Und es scheint den Russen vollkommen egal, ob sie da noch 5.000 oder 10.000 eigene Soldaten niederschießen lassen. Es wird einfach angegriffen und jeden Tag werden es ein paar Meter mehr. Und es droht hier auch jetzt die endgültige Einkässlung der Ukrainer. Die drohte eigentlich schon vor ein paar Tagen nicht. Die Zange um die Stadt hat sich fast geschlossen. Es kann also nur noch unter Wirkungsfeuer der Russen überhaupt Verstärkung danach geführt werden. Und jetzt ist die Frage, A, was hat die Ukraine noch an Reserven und B, schmeißt sie die da alle entschlossen rein, um diese russischen Zangen da abzubrechen und damit auf die IFK zu halten. Dann könnte sich das Desaster natürlich auch von Bachmut wiederholen. Wir machen mal die Runde der Geräte voll. Marschflugkörper immer noch ausstehend aus Deutschland. Ja, nicht nur aus Deutschland. Ich meine auch die Amerikaner haben riesige Arsenale mit Tomahawks und wie die ganzen Dinge alle heißen. Es ist ja ein bisschen wieder dieses Spiel Hannemann, geh du voran, was wir immer sehen. Wir erinnern uns an die Kampfpanzer. Und Frankreich lieferte so ein paar Radpanzer mit einer mittelschweren Kanone drauf und sagte hier, Frankreich prescht voran und macht die große Panzerlieferung. Das war ein PR-Gag. Und wer wirklich dann moderne Leopard 2 geliefert hat und dann auch ältere Modelle, aber in größerer Zahl, sind ja letztens doch die Deutschen gewesen. Es hieß dann immer, ja, im Gleichklang mit den Amerikanern, dann kommen jetzt auch die M1-Panzer. Haben Sie schon M1 in der Ukraine gesehen? Ich nicht. Also einer soll irgendwie in Kiew mal vorgeführt worden sein. Ob der in der Trappe war oder echt, weiß ich nicht. Aber ich habe bisher jedenfalls keine M1-Panzer an der Front gesehen. Und insofern habe ich dann immer so zwei Blicke drauf. Der eine ist, ja, es wäre wünschenswert für die Ukraine und würde ihnen sehr helfen. Aber warum eigentlich immer Deutschland? Die Frage darf sicherlich auch gestellt werden. Lass mal an dieser Stelle so stehen. Wir wollen ja auch Russland zeigen, dass der Westen zusammensteht, die Ukraine unterstützt und auch die NATO keine Angst hat vor Russland. Das ist im Moment gerade ein bisschen schwierig, diese Darstellung, die Selbstdarstellung glatt zu kriegen, oder? Ja, das kriegt man ja auch nicht so wirklich raus, wer nun welche Zwecke verfolgt. Also natürlich sind die Bekenntnisse zur Ukraine nach wie vor groß. Und selbstverständlich soll sie unterstützt werden und den Krieg nicht verlieren. Aber dann hört es eben auch schon immer wieder auf. Es folgen eben viel zu wenig Taten, diesen Worten. Und es gibt ja dann immer wieder Leute, die sagen, ja, das sei ja volle Absicht. Man wolle ja gar nicht, dass die Ukraine gewinnt. Also so weit würde ich nicht gehen. Das halte ich für eine überzogene Interpretation. Aber die Tatsache bleibt dennoch. Es ist wie in diesen zwei Jahren, aber immer schlimmer, einfach zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Und ich glaube einfach, dass dieses Spiel nicht mehr lange gut gehen wird. Ja, es ist auch die Frage, wie lange es noch gut gehen wird, dass sich Wladimir Putin von der NATO beeindrucken lässt. Aber dafür trifft man sich ja jetzt gerade. So, Joachim Weber ist bei mir noch im Studio. Wir müssen über das reden, was der NATO-Generalsekretär gesagt hat. Und der hat ja quasi beschworen, die Stärke der NATO. Wie stark ist denn die NATO derzeit? Also die NATO ist nicht schwach. Man muss jetzt auch nicht denken, dass sie sozusagen beim ersten Schuss aus dem Osten zusammenfällt oder nach hinten überfällt. Das ist natürlich nicht der Fall. Die NATO ist insbesondere im Bereich der Luft- und der Seestreitkräfte sehr, sehr stark. Und das ist sicherlich auch der Hauptgrund, dass die Russen sich hundertmal überlegen werden, mit der NATO anzubundeln. Da kann man schon einiges machen. Unsere Schwächen sind eher im Bereich der Heere und im Bereich des Landkrieges. Weil wir doch sehen aus diesem Russland-Ukraine-Krieg jetzt, es ist ein bisschen wie Erster Weltkrieg. Es geht um die Zahl der Kanonen, es geht um die Zahl der Granaten, es geht um die Zahl der Soldaten, die man aufbietet. Es geht um Stellungskrieg. Und wenn es um Offensive geht, dann um ein ganz langsames Vorrücken mit ungeheurem Aufwand von Artillerie und Personal. Und das sind alles Dinge, wo wir nicht glänzen können. Da sind wir vollkommen unterflorig aufgestellt. Nicht nur Deutschland, aber Deutschland besonders. Und insofern hat da die NATO noch ein paar Jahre jetzt wirklich was zu tun, um auch im Bereich des Landkrieges, der Landkriegsführung so aufgestellt zu sein, dass man sagt, mit der legst du dich besser nicht an. Was wir ja hoffentlich niemals müssen, einen Landkrieg zu führen. Das NATO-Bündnis ist ja auch kein Angriffsbündnis, sondern ein Verteidigungsbündnis. Aber Verteidigung funktioniert mit einer vernünftigen Abschreckung. Und da gibt es jetzt eine neue Diskussion, dass man doch eventuell darüber nachdenken könnte, in der EU vielleicht auch dann Atomwaffen aufzustellen oder Atomkrieg fähig zu sein. Oder wie auch immer man das umschreiben kann mit irgendwelchen Worten. Was ist Ihre Meinung dazu, zu dieser aktuellen Diskussion? Naja, es ist natürlich Ausfluss dieser von Trump angestoßenen Irritationen. Das hat er ja nicht zum ersten Mal getan. Und insofern ist das jetzt ein bisschen viel Erregung vielleicht, um diese zugegeben dummen und gefährlichen Worte, die dieser amerikanische, noch ist er möchte gern, Präsidentschaftskandidat, aber er wird es natürlich werden, da gebraucht hat. Und es zeigt andererseits natürlich doch, dass die Zeiten, wie die frühere Bundeskanzlerin das formuliert hat, die Zeiten, wo man sich bedingungslos auf andere verlassen konnte, eben ein Stück weit vorbei sind. Ganz noch nicht, aber letzten Endes ist der Zweifel gesät und der Zweifel bedeutet eigentlich für einen selber immer, ich muss mir auch über einen Plan B Gedanken machen. Und insofern ist diese ganze Debatte grundsätzlich nicht falsch. Ob man sie jetzt führen muss, ob man sie jetzt in dieser großen Intensität führen muss, da kann man sicherlich geteilter Meinung sein. Aber dass man, zumal der französische Präsident ja ständig Vorstöße auch in dieser Richtung selber unternimmt, dass man also über diese Dinge intensiv auf den Arbeitsebenen nachdenken und Gespräche führen sollte, ohne dass das jetzt das Zentralthema der Minister vielleicht oder der Regierungschef sofort werden muss. Das halte ich schon für richtig. Der deutsche Verteidigungsminister ist da bei Ihnen und sagt, meine Meinung ist, darüber diskutiert man nicht öffentlich. Und er verweist auch nochmal darauf, dass die Amerikaner ja eigentlich für die atomare oder nukleare Abschreckung zuständig sind. Eine Verlässlichkeit, auf der wir uns lange ausgeruht haben, auf der wir uns weiter ausruhen können. Es ist ja die Grundfrage, ob diese Verlässlichkeit wirklich in der Sache immer so gegeben war, wie wir uns das vorstellen. Wir haben vor langer, langer Zeit mal die massive Vergeltung gehabt als Doktrin der NATO. Und dann merkte man irgendwann, das glaubt einem kein Mensch mehr. Also ist man zur Flexible Response übergegangen. Und die ist dann aber auch später in den Hintergrund getreten, auch wenn sie in gewisser Weise nach wie vor wahrscheinlich die geistige Grundlage darstellt. Aber es ist immer die Frage, wie glaubwürdig sind die Dinge. Und deswegen ist viel mehr noch als die Frage, was hat man materiell in der Hand und hat man jetzt 50 große Nuklearwaffen, zu wenig oder 30 zu viele. Oder was diese Fragen, das ist die materielle Ebene, ist gar nicht so entscheidend. Viel entscheidender als letztendlich ist die Frage der Glaubwürdigkeit. Und dadurch, dass eben jemand, der schon Präsident war in den USA und es mit einer mindestens 50%igen Wahrscheinlichkeit jetzt wieder werden könnte, dadurch sind natürlich die Zweifel in der Welt und Zweifel zerstören das Vertrauen in die Funktionalität eines Systems, was eben auf ein bestimmtes Vertrauen und für Wahrheiten gegründet ist. Also Abschreckung mit Schrecken. Ich danke für Ihre Einschätzungen für den Moment. Wir sehen uns nachher wieder, meine Damen und Herren.